Stadt, Land, Geheimnis, meine lieben Freunde, heute werden Geheimnisse erzielt, zusammen mit Flo! Hallo! Hallo! Ryan! Ich bin schon fertig! Hör auf, hör auf, hör auf! Ja, ja, Ryan. Was? Ey! Hä? Ich war fertig. Was? Nicht fertig? Ja! Easy? Sieh mal, oh Mann, meine Antworten sind verpackt. Ich schwöre, ich hatte alles stehen. Ich schwöre euch. Was ist das denn? Ich hatte wirklich alles stehen. Halte vier. Hoppy! Warte mal, warte mal, warte mal, okay. Ja? Ähm, Easy hat gar nichts? Oh, super, okay. Ja, dann kann man, finde ich gut, so kann man weitermachen. Was ist Herna für eine Stadt? Gibt es das wirklich? Herna wollte ich schreiben, aber dann hast du... Ah, dann ist das wohl falsch. Hamburg ist richtig, Hongkong ist richtig, okay. Name Hans ist fein. Hobby hat Ryans Haare geklaut, ist auch gut. Und's Hanteln, Ryan. Ich wollte Hanteln ständen schreiben oder so. Ich war gerade am tippen, hast du abgegeben. Ja, ist fein, ist fein, ist fein, ist fein. Okay, damit ist die erste Runde auch schon durch. Ab sofort neu im Easy-Maus-Punkt-Shop. Handyhülle, kuscheliger Schlafanzug, praktische Trinkflasche und vieles mehr. Alles gibt es in vier superschönen Designs. Die ersten tausende Stellung erhalten außerdem eine handzignierte Autogrammkarte. Ja, das ging schnell. Okay, ich habe null Punkte bekommen. Das hat mir gar nichts gebracht. Du hast mich mal eins eingetragen. Ja, ich konnte mich nicht zusammenreißen. Ihr habt gesagt, fertig da. Ich war gestresst, okay. Start mit N. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Drei Minuten, ne? Genug. Start mit N. Ja, Name. Ja, Tier. Gibt es Tiere mit N? Ja. Boah, ich weiß was richtig cool ist. Hobby. Hobby. Okay. Eigentlich das vielleicht. Ein Geheimnis brauche ich noch mit N. Wir füllen nur noch ein Land. Ein Geheimnis. Warte mal, ein Geheimnis sollten wir uns Zeit lassen, damit jeder was hat. Äh. Okay. Dann erfährst du heute kein Geheimnis. Ja, wir haben ja noch drei Runden. Ich erfahre noch genug Geheimnisse. Okay? Gut. Wir starten mit der Stadt. Nürnberg. Haben wir alle einfach. Ja, aber gibt es eine andere Stadt mit N? Ja, bestimmt. Irgendeine schon, oder? Okay, Niederlande, Nigeria und Niederlande. Oh, okay. Norbert, Norbert und Nina. Warum habt ihr beide Norbert? Hey. Warum hast du auch Norbert? Ein Kumpel von mir heißt wirklich Norbert. Ich habe den heute noch gesehen. Mhm. Oh, Mann. Okay, wir haben Nasson, zweimal Nilpferd leider. Ryan, wieso? Weiß ich nicht. Warum hat Tops Norbert? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das auch nicht mehr. Ich kann das auch nicht mehr. Ryan, da muss das Gleiches ankommen. Ja. Halt echt. Nachts vor Saune spielen. Na, von mir aus. Als Hobby. Nichts tun. Nilpferde füttern. Und was? Nürnberg. Was ist denn? Was? Nürnberg. Nürnberg. Ah, Nürnberg. Nürnberg. Hä? Was du nie auf Nürnberg? Das ist eher eine einmalige Sache als ein Hobby. Was ist denn das? Ich bin ja mit meinem Dolph 4. Das ist doch ein Hobby. Und da vorne, hä? Was ist denn der Nürnbergring? Was ist das bitte? Der Rennstreck. Die eine bekanntesten Weltwart. Ah. So Autorennen? Ja. Ja, aber das ist eher so ein einmaliges. Das würde ich jetzt nicht als Hobby machen. Ja. Doch, das kann man als Hobby machen. Ja, safe. Ach, warte. Okay, Geheimnis. Tops, verrate uns dein Geheimnis. Nüsse schmecken mir nicht. Was? Gar nicht? Nüsse sind so lecker. Nüsse sind gesund. Schmecken dir wirklich keine Nüsse? Nee, ich mag das nicht. Ja, Download. Aber ich mag das auch nicht. Das ist kein Geheimnis. Was soll denn das? Ja, das ist kein Geheimnis. Okay, Ryan, verrate uns dein Geheimnis. Achso, soll ich es lesen? Ja. Nichts. Ich habe keine Geheimnisse. Ich bin ein offenes Buch. Das ist eine Lüge, Ryan. Du hast ganz viele Geheimnisse. Das stimmt nicht. Du bist gar kein offenes Buch, Ryan. Dann frag mich was. Frag mich was. Ich antworte. Okay, was hast du für ein Geheimnis? Hä? Geheimnis? Ja, das ist nicht wahr. Okay, Ryan, guck mal. Wann kommt raus, dass du eigentlich hagerst? Nein, wir machen das so. Wir voten das jetzt ab. Aber dafür sind die anderen Geheimnisse, die Ryan macht, nicht geltend. Das stimmt, weil ich keine habe. True. Ich habe mein Dislike bei den Nüssen weggemacht. Okay? Okay. Jetzt geht es dir besser. Ja, mein Geheimnis, meine lieben Freunde, ist, ich habe blonde Strähnen in den Haaren. Natürlich ist blond nicht meine ganze Haarfarbe. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist mein Haaransatz. Jetzt sehe ich dich mit ganz anderen Augen. Das ist mein Haaransatz. Der ist, ich würde sagen, so zwei Nuancen dunkler als meine Strähnen. Jetzt ist es raus. Es gibt ein Dislike. Ich habe keine grauen Haare, Junge. Gut, wir kommen zur dritten Runde. Let's go. Okay, welchen Buchstaben? Wir bekommen D. Nein. Ein Geheimnis mit D. Oh mein Gott, ich kann was über Danja erzählen. Ich kann vielleicht Danjas Geheimnisse verraten. Oh mein Gott, wie schreibt man das? Warte mal. Ein Land mit D ist ja jetzt easy. Nein, mir fällt keins ein. Ja, Mann. Mir fällt kein anderes ein. Gibt es ein anderes Land mit D? Bitte mach nicht Ende, bevor ich ein Geheimnis geschrieben habe. Okay, danke. Ein Hobby mit D. Kein Geheimnis. Oh Gott. Das ist ein Geheimnis. Das darf eigentlich keiner wissen. Das ist voll peinlich. Aber ich verrate es euch heute. Ich verrate es euch. Ich brauche ein besseres Land. Ein Land mit D, was nicht das Land ist, an das wir alle denken. Oh ja. Ich bin fertig. Ich konnte abgeben jetzt. Nein. Bist du echt fertig? Ja. Ja, dann mach abgeben. Okay. 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 Yes. Wir haben Städte, Duda, Stadt, Duisburg, Düsseldorf und Duisburg. Ich hab extra nicht Düsseldorf genommen. Hat keiner von uns Deutschland genommen? Ihr seid auf Dänemark gekommen? Da war ich vor einer Woche. Nein, Ryan. Oh Mann. Achso, nee, stimmt. Das bin ich gar nicht. Ich hab vorhin Dänemark gehabt. Ich hab geändert. Was ist denn die dominikanische Rapublik? Da wurde die ganze Rapper. Ja, sorry. Verschrieben ist die schlimm. Okay, Name. Detlef, Dieter und Daniela. Was haben wir für Tiere, Leute? Keiner hat Danja genommen. Keiner hat Danja genommen? Das ist ja gemein. Dachs, Delfin, Dalmatina. Ja, das fragt man aber auch anders. Dalmatina ist eine Hunderaste, oder? Ja. Ja, aber ein Hund ist ja auch ein Tier. Hey, ist auch in Ordnung. Ist fast ein Tier. Und Dackel. Ja, okay, aber das sagt Isi nur, weil... Ja, nee, eigentlich würde ich nicht zählen. Weil wenn ich jetzt ein Pferd hab und ich sag Haftlinger, dann ist das auch kein Tier. Alter, kennst du das mit Pferden so aus? Wenn du vorhin bist, Dalmatina, dann hast du ein Tier. Ja, aber das ist ja halt ein Pferd. Ja, zwei gegen zwei. Kann man nichts machen. Ihr könnt es nicht downvoten. Das ist die Tierart. Oder nicht Art. Ihr braucht nicht diskutieren, weil ihr könnt es eh nicht downvoten. Pech gehabt. Oha. So, alles klar. Hobby-Discord-Server-Trollen. Das ist tatsächlich eins von Top's Hobbys. Das stimmt. Das kann ich bezeugen. Diamantenfarm. Naja. Dax zu füttern. Sie, naja. Dax zu füttern. Okay, warum nicht? Und Downvoten. Dax zu füttern. Bei Diamantenfarm sagst du naja, aber Downvoten. Dax zu füttern. Dax zu füttern. Ja, Isi, lass deinen stehen, wenn du meinst stehen lässt. Ja, ich lass auch deinen stehen, wenn du meinst stehen lässt. Okay, okay. Eure Geheimnisse. Ich bin gespannt. Top's fängt an. Dass ich mir wünsche, ein Magier zu sein. Das ist ein offenes Geheimnis. Okay, Ryan. Das ist ein offenes Geheimnis. Die Videos von Isi werden immer von mir geliked. Das ist aber toll. Sehr schön. Aber das ist ja kein Geheimnis. Okay, das war auch kein Geheimnis. Flo, dein Geheimnis. Dass ich Nideshow-Freunds-Film-A-Fee-Bad-Wars-Skills bin und eigentlich auch so gut sein will mir her. Oh, mein Gott. Echt, for real? Ich auch. Ich bin auch neidisch, ehrlich. Also so Nahkampf-Pvp, wenn ich das so gut könnte wie Ryan. Danke, erzähl mir mehr, bitte. Gut für mein Ego. Mein Geheimnis können wir überspringen, das ist nicht so wichtig. Nee, 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 lies das vor. Was ich geduscht habe, ist drei Jahre her. Drei Tage! Drei Tage ist es her, drei Tage. Drei Jahre. Aber ich rieche gleich. Boah, ich riech's bis hierhin. Riech's ja auch riesig. Hör auf damit, ich riech's gar nicht. Easy, mach bitte Fenster zu. Ja, das Fenster ist noch zu. Hä? Dann geht das Durchsfenster durch, Oma. Du lachst einfach fertig, ihr Nasen. Jetzt ist gut. Nächste Runde. Dein Martina ist übrigens laut Google die Hunderasse, ne? Nicht ein Hund. Also kein Tier. Sondern die Hunderasse. Gebt mal jetzt in Google ein, ob ein Dalmatina ein Tier ist. Der würde dir nicht sagen, das ist ein Mensch oder eine Pflanze. Äh, Dalmatina zählen zur Gruppe der Lauf- und Schweißhunde, steht da. Wenn ich Google Dalmatina Tier. Und dann würde ich mir drauf geantworten, ne? Ich bin aber auch schon fast fertig, ne? Ja, dann mach ich doch gar nichts. Geheimnis. Okay, das ist ein starkes Geheimnis. Das ist ein starkes. Ihr könnt jetzt finishen, aber ich lasse euch noch Zeit. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Ein Geheimnis von mir mit O. Okay, das ist wirklich ein kleines bisschen peinlich. Oh Mann, ey. Hm, Hobby. Gibt's schon auf dem Land mit O? Ja, ja, gibt es. Wie sieht's bei euch aus von der Zeit? Ich bin fertig. Bin fertig sofort. Jetzt. Nein, ein Buchstab hat mir gefehlt. So, wir haben Städte. Oberhausen, Oberhausen, Oklahoma City. Das ist echt egal. Und Osnabrück. Flo hat geschummelt beim Land. Nein, ich wollte was schreiben, aber irgendwas beendet. Ja, du wolltest nur die zehn Punkte haben. Ihr habt ernsthaft Österreich? Das schreibt man nicht mit O, meine lieben Freunde. Das schreibt man mit Ö. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Wenn's ein Computerprogramm ist, was kein Ö ausgeben kann, dann schreibt man das genauso. Und wenn's im Duden steht, wie wird's da geschrieben? Kommt drauf an, wo der Duden ausgegeben wird. In Deutschland ist es ein Duden. Was ist das für eine blöde Frage? Ja, aber trotzdem hast du im Duden. Ja, aber digital. Ne, ihr aufstehen O-E bei der Aussprachsweite. Ich weiß, ihr werdet es nicht downvoten, aber wenn ihr fair wärt und ehrlich, dann würdet ihr Österreich jetzt ausgeben. Dann wäre da Martina auch kein Tier gewesen. Ja, ob's in Tops, lass mal nur Ryan downvoten. Also Oman ist ein tatsächliches Land, das könnt ihr googeln. Oma? Ja, Oman. 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 Oman, Obelix, ja. Ihr könnt mir auch ein Abwort für Oman geben, dass ich darauf gekommen bin. Downvote. Danke. Dafür. Okay. Tiere haben wir Ohrenkneifer. Okay. Eklig. Otter, Orangutan und nochmal Orangutan. Danke. Orangutan. Orangutan. Hobbies haben wir Ohrenkneifer sammeln. Ey, Alter, Tops, wirklich. Oben ohne Skateboard fahren? Ryan, was wachst du? Im Sommer, wenn's so warm ist. Ryan muss ja mit seinen Muskeln flexen. Und das muss dann oben ohne, okay. Ja, natürlich. Ja, O-Ring ist shoppen. Ist halt ein echtes Hobby. Alles gut. Kommst du Florida? Okay, wir kommen zum spannenden Part, meine lieben Freunde. Eure Geheimnisse. Tops. Let's go. Ich denke oft an dumme Mius, wenn ich mir diese Rede. Das ist kein Geheimnis. Zum Beispiel, welches? Ähm, ja, so, 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 weiß ich nicht. Wenn irgendwas schiefläuft und ich der Grund dafür bin, in den Aufnahmen, kennt ihr dieses Bild von dem Mädchen mit dem brennenden Haus im Hintergrund? Kannst du's mir schicken? Dann blende ich's jetzt im Video ein. Ja, okay, dann seht ich's jetzt hier. Danke. Dann wisst ihr, wovon die reden. Was auch immer. Okay, Ryan, was ist dein Geheimnis? Ohne meinen Schinkenkuscheltier kann ich nicht einschlafen. Mein Gott, das ist auch mein Geheimnis. Echt jetzt? Ja. Dein Spaß, ich hab, äh, ich hab, äh, ohne meinen Teddybären fahr ich nirgendwo hin. Ich hab einen Teddybären und, äh, ich hab euch auf Insta gefragt. Ihr könnt übrigens auf Insta folgen, wie sie heißen soll. Und ihr habt entschieden, sie heißt Fluffy und, äh, Bernadette. Ähm, aber Bernadette, so geschrieben mit B, äh, R und dann Nadette. Also Bernadette. Und ich nenne sie mal Bernadette. Ich find sie total süß. Wird Bernadette nicht mit K geschrieben? Bernadette? Wo wird das denn mit K geschrieben? Das K ist stumm. Äh. Okay, du hoffst dich auch bald. Riesenschnitzel. Äh, Flo, let's go. Ja, ich nenne euch. Ohne Topster, Schlossabfluss nicht so witzig. Muss man leider zugeben. Ja. Ja, das stimmt. Da hängt. Okay. Ich bin immer noch nicht vorne. Du hast den Kopf an Kopf, der mit rein. Okay, ich muss jetzt wirklich schwitzen. Mit E. Oh, Junge, ich muss ein Land finden, was nicht ihr auch nehmt. Tier E-Auto. Schreibt mal eure Geheimnisse. Hab ich schon. Habt ihr eure Geheimnisse? Nein, nein, nein. Schreibt jetzt eure Geheimnisse. Schreibt sonst, mach es fertig. Ich mach fertig. Warte, 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 ich bin ja noch am Schreiben. Ich bin noch am Schreiben. Geheimnis, Geheimnis schreiben. Schreibt eure Geheimnisse. Ja, lass mich kurz überlegen. Warte, ich bin auch fast fertig. Mit meinem Geheimnis. Okay. Ich bin auch komplett fertig. Beallt euch mal. Okay, Tops denkt schon über Stadt nach. Okay, ihr seid fertig. Gut. Nicht sein mit der Stadt. Estland, wer hat denn Estland genommen? Warum? Ecuador, El Salvador. Ja, ich hatte Estland auch. Und dann hab ich geswitcht. Smart. Erika, Erwin, Emily und Ella. Passt hier. Elch, Elefant, Esel und Eisbär. Damit verschiedene. Crazy. Lol. Hobby. E-Auto-Batterien klauen? Was ist das wieder für ein Schwachsinn? Du hättest eh Fahrrad nehmen müssen. Das machen wirklich Leute. Als Hobby? Ja. Wollen damit, glaub ich, Geld verdienen. Das, glaub ich, ist kein Hobby. Easy. Manchmal kann dein Hobby auch dir Geld bringen. Nein, Downvote. E-Auto-Batterien-Clown ist kein Hobby. Das ist kein Hobby. Hört doch mal auf. Nein, das ist kein Hobby. Vote das jetzt down. Wirklich. Ja, das ist ja so. Ja, gut. Ich esse auch mein Essen. Alter. Okay, Elefanten reiten. Das ist, ja, okay. Eisessen ist ein Hobby. E-Autos von Fremden. Was schreibst du da, Flo? E-Autos von Fremden, die bei der E-Zahn-Stelle laden, abstecken. Okay. Das ist echt mies. So wie aus. Okay. Geheimnis. Ähm, Elchen machen mir Angst. Die sind groß und gefährlich. Was? Tops, erzähl mal, wieso. Was ist da traumatisierend passiert? Diese Elche aus Kanada da, die sind so richtig, richtig groß und die sind extrem gefährlich. Also, die sind wirklich, also, da, da, weiß ich nicht. Also, die sehen zwar so friedlich aus, aber die sind richtig krass gefährlich. Du, Ryan, waschtest du für Geheimnis? Das darf keiner wissen. Ryan, was hast du geschrieben? Nein, nichts. Sag es an. Eigentlich, ähm, dislike ich immer E-Zs Videos. Aber dann noch ein Emoji, nicht weiterverraten. Psst. Manni, lass Votekick machen. Nein, bitte nicht. Bitte dislike einfach meine Videos. Nicht weinen, nicht weinen. Ryan, ich fang wirklich an zu weinen, du kennst mich. Dislikest du wirklich meine Videos? Nein. Ryan, warst du zufällig bei E-Zs Lerner? Also, war das gelogen? Dann wird's gedownvoted. Ach so, dann stimmt das. Okay, von mir aus. Also, ich hab mal meinen Lehrer, ähm, als ihr könnt das Wort ja lesen, bezeichnet. Ich darf's nicht sagen. Aschenbecherloch, was? Weil ich war beim Sport, im Sporthunterricht, hab ich's mir schon mal erzählt. Ich war im Sporthunterricht und wir sollten Liegestütze machen. Und ich hatte, ich glaub, so neun Monate für diese Liegestütze trainiert. Und man musste 20 Stück schaffen für eine Eins. Und ich hab mir so Mühe gegeben. So Mühe gegeben. Und beim 19. oder beim 20. meinte er dann immer zu mir, Ne, nochmal, der war nicht richtig. Mach ich dir nochmal. Ne, nochmal, der war nicht richtig. Ne, nochmal. Ich hab 30 Stück gemacht. Dann war er irgendwann zufrieden. Und dann dachte ich, er geht weg. Und ich war so fertig. Oh, so ein... Piep. Ja. Ameisenloch. Und der stand direkt hinter mir. Ameisenloch? Wovon redest du? Jedenfalls hab ich seitdem immer nur schlechte Noten bei ihm bekommen. Okay, Flo, was ist dein Geheimnis? Einmal hab ich so gezahnt, als wäre ich... Easy, cheesy. Wann? Das ist kein Geheimnis. Wann? Das hab ich einmal. Einmal in der Folge. Da hab ich so ein Skin-Dring gehabt. Echt? Das ist kein Geheimnis, was in der Folge ist. Das kennt ihr ja. Nein, das weiß keiner. Ja, alles. Keiner. Ja, also... Es wäre nett... Das wissen nur 100.000 Leute. Es wäre nett, wenn ihr noch so ein, zwei Sachen von mir abwoten konntet. Nein. Freunde, weil... Easy, abwot, vor abwot. Rein, mach Eisquissen. Wen soll ich abwoten? Wen soll ich abwoten? Nein, ich bin gehoben. Okay, gib mir abwot. Ich geb dir abwot, Flo. Ready? Ja. Das ist so cheating hier. Fertig, 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 fertig. Das ist so cheating, wirklich. Macht fertig, Leute. Einer muss noch fertig machen, einer... Oh nein, Ryan hat trotzdem gewonnen! Oh nein! Tops ist Zweiter. Ja, ich bin Zweiter, Tops ist Dritter. Das steht da ja eindeutig. Also nein, Alter! Ja, das ist ja egal, Tops. Du bist trotzdem dritter. Du hast bestochen. Du hast Eis essen als Hobby gemacht. Eis essen ist kein Hobby. Eis essen ist ein Hobby. Ja, aber hauptsache E-Autos klauen oder Batterien klauen. Wasser trinken ist auch ein Hobby jetzt ab sofort. Okay. Jo, Leute, das war's hier mit Standort Geheimnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaut einen anderen vorbei. Schaut einen Link in der Videobeschreibung. Und tschau!